ja ich habe mir angeschaut das länderspiel gegen schotland bin ich schon wieder hast dass immer die zeit dass ich muss mir die frage nach dem schlusspfiff stellen muss ich muss immer das wo wird es notwendig dass ich mir das gefallen lassen mich selber dass ich vor dem spiegel stehe dass ich mir eine schaue mir gefreut und mir denkt wo's solltus wo's wo du's ich meine wo's gespielt wenn sie nach katar wohin sondern wenn sie in katar hauen vielleicht war es natürlich was sein könnte dass es ein statement vom fb war dass man die wm boykottiert in katar nicht weil warum man dort spielen muss das war's die milchfrau das versteht eh keiner ich will ja nicht sagen dass es ein pflichtsieg hätte sein müssen weil schotland das ist ja nicht der erscheint 19 der märkiker drin da spielt die hälfte in der premia league so ist es nicht der mcginn hat eine villa spielt bei villa der schlager greift schon wieder hinterher der braucht noch mal einen spiegel auf die handschule dass er sieht wo die kugel liegt jay adams der jay adams steward armstrong fix level bei den haasi bei des saints was das ich meine mcdominee fix level bei united kieran dirne leistungs träger bei arsenal ich meine da kommen ein paar kicker na was habt ihr euch glaubt andrew robertson bei liverpool einer der besten linksverteidiger in der premia league das war dass die schotten nicht mit einem rock daher kommen und ein bisschen so gespülen das war schon klar aber was mir da liefern ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll am besten bei a wie auftakt sieg der war hat nämlich drin gewesen herrschaften wenn man zweimal in führung geht so schaut es nämlich aus aber unterm strich müssen schieren und geschenkkorb schicken dass der öffer nicht pfeift weil sonst verlieren wir die partie 3-2 weiß nicht was mit der ilse lox ist der ilse anker der ist in schotten im strafraum um den holz gefahren wie wir uns gerade einen flugzeugabsturz gemeinsam überlebt hätten und der schlager der schaut bei einem 1-1 ausgereicht schaut auch in polna viele stunden zu wie er bei einem in fünf vereine schlagt da muss ich raus gehen muss ich rausfeißeln muss ich fangen muss ich irgendwas machen das kann ja nicht sein nach und mehr und nach dem mait steht sich der vater hin in interview und sagt wir haben wir haben die gegner phasenweise dominiert naja wenn es darum geht wer einen trostloseren ängstlicheren unmoderneren altpockereneren kick ohne pressing ohne raumverdichtung abliefert wollen wir klar die domenanderer mannschaft schafft das stimmt und bei der aussage fußball ist ein fehlersport nicht wo sie ist wo seid ihr wenn man doch und einer davon steht an der seitenlinie ich kann mir diesen defensiven den hauen bremsen kicke kann man das nicht mehr ausschauen nicht besser wir sind fuhren und statt dass man weiter aggressiv auf zug ein schönes match dass man schön vier spüren zwingen wir wieder zusammen und spielen schotten dicht das gibt es ja nicht entschuldigen dass ich mich da so man darf auch nicht alles schlecht reden man muss auch die positiven speck aspekte wie es war man mal man muss sagen dafür dass man ohne kolle gespielt haben müssen wir danke sagen fürs unentschieden apropos unentschieden wie ist es eigentlich war man zwar zwar spielt kriegt nur der gas oder ist es dann eine ausgleichszahlung stelle dafür mir hätten nette deutschland legionär haben dürfen wie es geheißen oder davon die schotten fünf nur über uns drüber so schaut's aus ich verstehe das nicht wir haben eine nationalmannschaft wir haben eine qualität wir haben ein spieler material wie selten zuvor da sind lauter super buben drinnen und wenn ich die nicht offensiv und pressing spielen los das ist das ist das für die wirst ich meine der wolf sagt da nicht zu einem hemmelten der darf maximal bis am dreier aufhageln wenn etwas was hier wird am wurdel da muss ich doch volle hüten spielen können das highlight in der truppen für mich sascha kalajic weltklasse shampoo sascha kalajic ein licht blitz auch der grillig herlisch grüppig leider kein match praxis aber das wird schon wieder und ich finde jetzt jetzt haben wir endlich an knipser wie der fuhr und der weiß wo es geht der firma kann linken außenbräcker weil der herr alaba bützeier muss im mittelfeld an sechser spielen kann er nicht kann er nicht verstehe ich nicht der muss danke sagen der kann nur hoffen dass keiner von real madrid die partie gestern gesehen hat weil sonst rufen sie immer an und fragen ihm aber nicht wenn er kommt sondern um die handynummer von kalajic der spielt nur zurück der spielt zurück macht einen feldpausen nach dem anderen was natürlich muss der glanz des großen fc bayern kaschieren kann das wird im nationalteam leider offensichtlich er kann kein mittelfeld spielen ich weiß nicht ein super linksverteidiger naja muss vor mittelfeld umma dumm was sollt er machen bei real madrid was so was jetzt frage ich was sollt er bei real madrid machen der kann ich sergio ramus fragen ob er sein lampo nehmen darf dass er in dann nicht cover hard zur heilgymnastik führen kann und den buren vom benzemar vom kindergarten an holen damit ein bisschen flexen vom kindergarten mit lampo aber was wenn ich teamchef bin sage ich david hoch bei mir kannst du es aussuchen du spielst entweder in linken außenbräcker oder du spielst den beleidigten am bangl aber im mittelfeld haben wir leid so schaut es aus 90 freien mich schon am sonntag sonntag doch durch wo da kommen die ferröer und da klingelt es auch hinten da war mal was ferröer inseln ich sag nur schlafhaube beim guelma da wird es euch schön ausschauen schaut dass der hinti fit wird und schaut dass sein auto irgendwie einfliegt aus china holt es mit einem ubo oder dann ufo holt es den kalajitschern autowitsch vor und den netzen aber sonst kriegen wir da wieder eine am tegel von der ferröer insel dann schauen wir nach dem schlusspilf wieder drei wieder kriegerl also ich hoffe das match wird legendär alles gute ferröer